Eines meiner erfolgreichsten Stücke. Das heißt, der Täter der Kur ist eigentlich nichts Lustiges. Ist das autobiografisch? Autobiografisch. Bei mir ist alles autobiografisch. Nur der Rest ist ja stumm unerlobt. Der Martin. Der Martin am Keyword fängt an. Wer sind die große Stimme? Der Martin am Keyword. Wer ging der Martin am Keyword? Der Martin am Keyword. Der Martin am Keyword. Der Martin am Keyword. Er macht den Martin am Keyword. Wer sind die Stimme? Die ersten Köpfe, ja die bluten schon, Pflaster, Schnur und Flöten, und du die Köpfe auch noch, und den Weg, da sitzt der Weiber, die alles nachzubauen. Die anderen Seiten liegen, die aber unterliegen, von der schlechten Konjunktur an, und am Frühmesser liegen, erstmal Sponsum, und gleichzeitig gemisst hier, und sie versprechen, es geht so. Schatz trusted die Grenade, ja da war die Roberküter, me, die Edmerde-Grün, und am Horn Botong, wie der Holst auf dem Drachen Schmerz, das war die Wolken-Musik fundiert, Ich rufe die Arme an. Auf der Spanntheit. Jetzt rückwit. Und jetzt rückwit. Und rückwit mal auf den Park. Ja, gleich immer. Ich rufe die Arme an. Da sitzen zwei Leute weiter. Und ein guter Mann. Ja, lieber. Ich rufe die Jugend. Wie es grüßt. Doch wer sind am Skat. Ja, sie haben mich. Ich rufe die Arme an. 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 Ja, ich kann nicht ganz genauer. Es war bei meinem Vater. Inseln, Zimmern, mein Kopf und Brust. und ich rufe die Arme an. Aber rückwit. Da hat's gut. Ja, trotzdem. Trotzdem ist früher. Ich rufe die Arme an. Mit der kurzen Röderhose und die Dreikettenschuhe und ihrer Wummerdacht. Wummerdacht auf der Schwachzeiterhöhe. 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 Vielen Dank.